Ja, hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing und ihr hört wie immer den Markus Kellermann und ja, wir senden heute das erste Mal von dem neuen Podcastsender Termfrequenz und ja, an dieser Stelle erst nochmal ein herzliches Dank für den Marco Young, der uns 42 Sendungen lang seinen Sender Radio für SEO zur Verfügung gestellt hat, damit wir darüber senden können und der Marco hat sich ja vor einigen Monaten dazu entschieden, den Sender aufzulösen und sich eher anderen Formaten zu orientieren und hat er als seinen eigenen YouTube Channel, das heißt, er hat sich dann neu aufgestellt und ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank Marco für die vielen tollen Jahre, die wir bei dir senden durften und ja, an dieser Stelle dann auch gleich vielen Dank an den Jens Fauldraat, der uns nun mit Termfrequenz ein neues Dach, einen neuen Sender zur Verfügung stellt und der sozusagen Radio für SEO jetzt ablöst und ab sofort könnt ihr eben auf Termfrequenz die Sendungen SEO House, Affiliate Musics, Online Radar eben hören und das freut uns natürlich, dass wir nach fast sieben Monaten Pause endlich wieder senden dürfen und freuen uns auf die ja, kommenden Jahre hoffentlich und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los und für alle diejenigen, die jetzt vielleicht als neue Hörer durch Termfrequenz dazukommen, möchte ich vielleicht ein paar Worte sagen zu dem Format Affiliate Musics, an diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen oder erst neu dazukommen, Affiliate Musics ist ein Podcast, der sich um das Thema Affiliate Marketing handelt und ja, sag mal, die Zielgruppe historisch bedingt sind vor allem eher die Advertiser, Agenturen und Affiliate Netzwerke, das heißt, wir beleuchten hauptsächlich Themen wie Partner Management, wie Strategien für das richtige Affiliate Programm, wie News Trends, was natürlich nicht heißt, dass die Sendung nicht auch für Affiliates interessant ist, weil ja, die Entwicklung des Affiliate Marketing ist natürlich sicherlich auch für viele Affiliates relevant ist, aber aus meiner Erfahrung ist es eben so, dass gerade die Affiliates sich eben hauptsächlich auch um die Themen SEO, SEA oder Traffic Generierung eben kümmern und sich darüber informieren und ja, diese Themen werden eher auf den anderen Podcasts wie SEO House oder Online Radar von den Kollegen eben abgehandelt und von dem her haben wir da vielleicht eine andere Zielgruppe ein bisschen, aber nichtsdestotrotz werden wir immer mal auch mal wieder Themen ansprechen, die sicherlich auch für Affiliates relevant sind und wir hatten ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Podcasts, auch mit Interviews zum Thema Geld verdienen im Internet und richtige Strategien für SEOs und Affiliates. Von dem her wird es sicherlich zukünftig auch für alle Teilnehmer des Affiliate Marketings was dabei sein, aber ich sage mal, die Hauptzielgruppe bleiben schon eher die Programmbetreiber und da sage ich mal mit unserem Background als Affiliate Agentur haben wir da eben die Erfahrung eben genau solche Themen zu besprechen. Ja, ansonsten, das Format an sich soll auch so bleiben, wie es ist. Also wir haben uns eigentlich vor einigen Monaten dazu entschieden, den Podcast so auf maximal 20 bis 30 Minuten zu limitieren, weil das aus unserer Erfahrung so die Zeit ist, wo die meisten Hörer auf dem Weg zur Arbeit oder im Fitnessstudio oder beim Joggen eben sich so einen Podcast anhören können und ich weiß es ja selber als Podcast-Hörer, dass gerade so lange Podcasts mit einer Stunde oder zwei Stunden eigentlich fast schon so lang sind, um sich sowas regelmäßig anzuhören. Auch wenn wir selber oder wenn ich vor allem es selber nicht immer schaffe, die 20 Minuten einzuhalten, sollte es doch unser Ziel sein, dies auf 20 bis 30 Minuten zu begrenzen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? In der letzten Sendung hatte ich ja das erste Mal meinen Co-Moderator vorgestellt, den Wolfi Polzer, der heute nicht dabei ist, aber nichtsdestotrotz wird auch bei den zukünftigen Sendungen von Affiliate Musics mich der Wolfi unterstützen und zwar nicht nur der Wolfi, sondern in Kürze auch die Romy, eine weitere super Kollegin von der Expose 360, die Romy Habelt, ist ja seit kurzem bei uns im Team und kommt von Italian, war doch Teamleiterin im Affiliate Marketing und bringt auch jede Menge Erfahrung mit und dadurch sicherlich auch jede Menge Know-how und Erfahrung für euch als Podcast-Hörer und von dem her werdet ihr die beiden, der Romy und den Wolfi, sicherlich auch in einer der nächsten Sendungen als Co-Moderatoren hier hören auf Affiliate Musics und vielleicht teilweise auch mal komplett als eigene Moderatoren ohne mich, weil wir das Ganze vielleicht dann zukünftig ein bisschen aufteilen werden, damit jeder ein bisschen seinen Beitrag dazu leisten kann. Dann, was mich natürlich noch interessieren würde, jetzt gerade mit der Neuausrichtung hier auf Termfrequenz, bin ich natürlich immer dankbar über Kommentare oder auch E-Mails, welche Themen euch denn zukünftig interessieren würden. Das heißt, gibt es bestimmte Themen oder auch Interviews oder Interviewgäste, die ihr gerne mal hier auf Affiliate Musics hören würdet und da bin ich sehr dankbar, wenn ihr das vielleicht über die Kommentare mir mitteilt, damit ich auch weiß, was euch vor allem interessiert, welche Themen, welche Fachgebiete, weil dann können wir auch die Sendungen viel zielgerichteter auf euch ausrichten, wenn wir dann wissen, was ihr hören wollt. Aber das war es jetzt eigentlich auch schon so zu den organisatorischen Dingen und ich möchte auch gleich loslegen und in der ersten Ausgabe sozusagen von Affiliate Musics hier auf Termfrequenz und auch der ersten Ausgabe in 2015, möchte ich gleich mal so einen Ausblick auf das kommende Jahr halten. Das heißt, was sind denn aus meiner Erfahrung oder aus meiner Sicht so die kommenden Trends, die wir erwarten können in diesem Jahr und das ist natürlich immer sehr hypothetisch und wenn man dann am Ende des Jahres zurückschaut und sich dann anschaut, was denn so in den einzelnen Blogs als Trends kommuniziert wurde, dann denkt man sich immer, ja, es sind vielleicht nur 20, 30 Prozent davon eingetroffen von dem, was gesagt wurde. Aber nichtsdestotrotz kann man ja mal einen Blick in die Zukunft werfen und mal schauen, was denn so die Branche aktuell bewegt. Und das möchte ich heute machen, einfach mal ein paar Themen beleuchten, was denn vielleicht in diesem Jahr alles so auf die Branche zukommen wird. Und das erste Thema, was uns in der Branche sicherlich als Partnerprogrammbetreiber oder Agentur verfolgen wird, ist sicherlich weiterhin das Thema Profiltargeting, das heißt Real-Time-Bidding und alles, was mit Display-Advertising zu tun hat, weil das einfach ein Bereich ist, ein sehr dynamischer Bereich, sowohl im Affiliate-Marketing als auch insgesamt im Online-Marketing, der momentan sehr hohe Umsätze im Affiliate-Marketing generiert und die auch seit Jahren immer mehr wachsen. Und ja, hier bewegen sich ja auch die Affiliate-Netzwerke seit einigen Monaten schon genau in diese Richtung, das heißt, Zanox hat ja vor einiger Zeit Mitrigo aufgekauft, auch wenn man sich jetzt im Januar auch wieder voneinander getrennt hat, weil die, sag ich mal, die Zielrichtung in der beiden Unternehmen doch ein bisschen unterschiedlich war, aber nichtsdestotrotz auch mit Affiliate-App, mit den Affiliate-App-Performance-Ads geht es doch in die Richtung, dass man eben auf Real-Time-Bidding-Basis versucht, die Daten anzureichern mit Profildaten, die eben genau die Netzwerke über die vielen Cookies, die sie setzen für die Advertiser auf den Publisher-Seiten anreichern wollen und können. Das heißt, es gibt sehr viele Daten, die so ein Affiliate-Netzwerk sammelt und wenn man diese Daten eben dazu nutzt, ganz zielgerichtet Werbung auszusteuern und das auf Real-Time-Basis, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, sehr zielgerichtet Werbung zu platzieren für die Advertiser. Und das funktioniert in der Tat auch bei einigen Advertisern sehr gut. Es gibt da auch Case Studies, die Zanox veröffentlicht hat in Zusammenarbeit mit Medrigo und die wir aus unserer Erfahrung auch so bestätigen können, nämlich, dass die Conversion-Rates teilweise bis zu 8-9% liegen, dass die Neukundenquote bei über 35% liegt über die Real-Time-Advertising-Werbung, was einfach daran liegt, wie gesagt, dass die Werbung sehr zielgerichtet ausgesteuert werden kann. Und von dem her ist es ein Bereich des Affiliate-Marketings, der sehr effektiv sein kann. Auch wenn man sich die Entwicklung von den Affiliate-Performance-Ads anschaut, auch wenn ich aktuell leider noch wenige Casts kenne, wo auch viele hohe Umsätze darüber generiert werden, ist es doch ein Bereich, der weiterhin wachsen wird. Und es gibt aktuell, glaube ich, auch schon 9.000 Affiliates, die sich für diese Performance-Ads angemeldet haben. Das heißt, man muss sich dafür bei Affiliate extra registrieren, damit man diese Werbung eben einbinden darf. Aber allein schon die Datenbasis von 9.000 potenziellen Werbeseiten bietet doch für die Werbetreibenden eine gute Basis, um hier Werbung zu platzieren. Und ja, wie bereits gesagt, anders wie halt im klassischen Affiliate-Marketing, wo man eben auf Content-Seiten Werbung platziert, hat man hier eben über diese Bereiche die Möglichkeit, ja eine weitere große Reichweite sehr zielgerichtet zu erhalten. Und das Ganze eben auf Performance-Basis, auch wenn es viele Anbieter wie Mitrigo oder auch andere gibt, wo das nicht rein Performance-Basis ist, sondern eher auf Hybrid-Basis. Das heißt, man kauft sich den Traffic sozusagen auf TKP-Basis. Allerdings wird immer versucht, die Conversion zu optimieren, sodass man versucht, den vorgegebenen CPO des Advertisers zu erreichen. Und aus unserer Erfahrung funktioniert das eigentlich extrem gut. Dann eine zweite Entwicklung, die ich für dieses Jahr sehe und die sich auch im letzten Jahr schon gezeigt hat, sind die ganzen Affiliates, die Technologieanbieter aus dem Bereich Conversion-Booster. Das bedeutet, man versucht eine Kundenbindung auf Re-Engagement-Basis durchzuführen. Das kennen vielleicht viele. Man kommt als Endkunde auf eine Seite, findet vielleicht nicht das Angebot, was man sich vorgestellt hat und schließt den Shop wieder. In dem Moment poppt ein Power-Up auf, wo man vielleicht dann einen Gutschein bekommt und damit vielleicht gekötet wird, dann doch einen zu kaufen, weil das dann vielleicht genau der Mehrwert ist, den man gesucht hat, weil man da sich Geld sparen kann oder auch die E-Mail-Remarketing-Systeme. Das heißt, ich war auf einem Shop, habe den aus diversen Gründen dann wieder verlassen, bin in dem Shop allerdings vielleicht schon registriert oder bin irgendwo anders registriert und anhand dieser Registrierung erkennt mich eben der Affiliate und ich bekomme daraufhin eben eine E-Mail, wenn ich vorher irgendwo mein Opt-in ein Verständnis gegeben habe. Und mit dieser E-Mail bekommt man dann vielleicht ein gutes Angebot von genau diesem Shop. Also ähnlich kennt man es ja bei Amazon, die haben das Ganze ja perfektioniert oder auch Zalando mittlerweile. Und genau dieses System von E-Mail-Remarketing, da gibt es mittlerweile eben auch einige Anbieter, wie zum Beispiel Remindrix oder We Interactive. Und diese Bereiche entwickeln sich momentan sehr schnell, weil viele Advertiser selber gar nicht die Möglichkeit haben, so eine Technologie selber zu implementieren oder selber zu programmieren. Und dann bietet es sich natürlich an, so eine Technologie über einen Drittanbieter, in dem Fall einen Affiliate, einzubinden und auf Performance-Basis das Ganze nur zu vergüten. Das ist natürlich für viele sehr attraktiv. Genauso wie diese Closing-Pop-Ups, das heißt diese Warenkorb-Wiederbelebungsmöglichkeiten, das heißt, wie vorhin schon erwähnt, wenn ich bereits im Shop bin, allerdings das vielleicht nicht finde, was ich suche oder keine Zeit mehr habe und diesen verlasse. Und dann in dem Moment, wo ich den Browser schließe und sich ein Pop-Up öffnet, da gibt es auch verschiedene Anbieter wie Yieldify oder auch We Interactive oder auch Turbo, die da auch sehr hohe Erfolge zu verzeichnen haben. Und auch da gibt es eben Case-Studies zum Beispiel von We Interactive, die belegt haben, dass diese Reminder-E-Mails, die sie dann verschickt haben an diese potenziellen Kunden eine Öffnungsquote von 50% hatten und eine Klickrate von 32%, was natürlich ein sehr hoher Wert ist, gerade für E-Mail-Marketing. Aber was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Kunde eben schon den Shop kannte, weil er auch vorhin schon drauf war, das heißt diese Wiedererkennung ist natürlich bereits da und dadurch schon einen gewissen Vertrauensfaktor und darüber konnte auch eine Overall-Conversion von 3% erreicht werden. Das bedeutet, wenn man, also in der Regel ist es ja so, dass 95-98% der Kunden, die in den Shop sind, nicht einkaufen. Also in der Regel liegt so die Conversion im E-Commerce-Bereich, im Retail-Bereich bei 3-5%. Und wenn man es dann zumindest schafft, über solche Affiliate-Technologien einen Teil dieser 97% der Kundenabspringer dann wieder zu reanimieren, dann ist es natürlich schon ein großer Erfolg. Und dieses Thema wird uns sicherlich auch in diesem Jahr weiter verfolgen. Es kommen immer mehr solche Technologieanbieter auf den Markt und gerade im Affiliate-Marketing haben diese Technologien natürlich sehr einfach die Möglichkeit, Kunden zu akquirieren auf Performance-Basis und von dem her wird es sich sicherlich weiterhin so positiv entwickeln. Dann das dritte Trendthema für dieses Jahr ist in meinen Augen das Thema Mobile. Ich weiß, dass es viele nicht mehr hören können und dass es auch auf jeder Konferenz seit mehreren Jahren immer wieder propagiert wird. Aber die Zahlen belegen eigentlich die Entwicklung, die jetzt mittlerweile eigentlich auch nicht mehr zu ignorieren ist. Denn über das Affiliate-Netzwerk Zanox sind mittlerweile 13% der Transaktionen, das heißt der Leads der Sales, kommen da mittlerweile über mobile Endgeräte, das heißt über Tablets und über Smartphones. Und wenn wir, die Branche oder auch ich über Mobile-Marketing sprechen, dann geht es nicht darum, irgendwie jetzt Banner auf Apps oder mobilen Landingpages zu platzieren, sondern es geht insgesamt darum, dass immer mehr Endkunden über mobile Endgeräte eben einkaufen. Und diese Entwicklung hat eben auch Zanox festgestellt und auch andere Netzwerke mittlerweile. Und das belegt eigentlich auch das Wachstum, weil die Umsätze bei Zanox über mobile Endgeräte sind im ersten Halbjahr 2014 um über 50% gestiegen. Also bei den Sales und die Umsätze sogar um 70%. Und das belegt eigentlich genau diese Entwicklung. Was bedeutet das letztendlich für den Advertiser oder für die Affiliate-Branche? Nämlich genau das, dass man zum einen natürlich eine gute mobile-optimierte Landingpage oder eben auch einen guten Responsive-Shop zur Verfügung stellen könnte, weil sonst natürlich auch die Gefahr besteht, dass dieser Traffic über mobile immer mehr wird, dass die Kunden allerdings aber dann vielleicht nicht einkaufen, wenn die Seite nicht mobile-optimiert ist und dann auch die Lust fehlt natürlich auf einem schlechten Shop, der für Tablets oder Smartphones nicht geeignet ist, dann natürlich auch keinen Spaß macht dort einzukaufen. Von dem her ist es die große Herausforderung natürlich für die Advertiser hier gute Mobile-Shops zur Verfügung zu stellen. Und speziell bei Affiliate-Marketing kommt natürlich noch dazu, dass es umso wichtiger auch immer mehr wird, dass eben auch ein spezielles Mobile-Tracking hinterlegt wird. Weil es ist natürlich gerade für die Affiliate sehr ärgerlich, wenn sie Sales oder wenn sie die Traffic vermitteln an den Advertiser über Mobile und diese dann nicht getrackt werden, weil kein Mobile-Tracking von Affiliate-Sanogs oder einem anderen Netzwerk implementiert wird. Und dieses Mobile-Tracking ist eben vor allem dann wichtig, wenn zum Beispiel bei Smartphones die Cookies deaktiviert sind. Und deswegen gibt es eigentlich auch ein spezielles Mobile-Tracking, was in der Regel auch auf Session-Basis funktioniert. Aber dieses muss eben ganz explizit auch vom Advertiser implementiert werden. Und das ist letztendlich das Wichtige als Advertiser, worauf man achten sollte. Weil, wie gesagt, wenn ein Affiliate Traffic generiert und dann keine Provision dafür bekommt, weil das Tracking nicht richtig funktioniert, dann wird der Affiliate ganz schnell seinen Traffic zu einem anderen Advertiser verschieben. Und das ist natürlich dann ärgerlich für den Advertiser, der dann den Umsatz verliert. Also das sehe ich so als die großen drei Herausforderungen in diesem Jahr. Das heißt, diese mobile Entwicklung und die Herausforderung von den Advertisern, dieses zu erkennen und auch darauf zu reagieren. Dann eben den steigenden Anteil der Umsätze über Conversion-Booster und Re-Engagement-Systeme und eben auch die Entwicklung im Display-Bereich. Und was da übergreifend noch dazu kommt, ist auch ein Hype-Thema, was seit mehreren Jahren immer mehr propagiert wird. Aber was auch von immer mehr Advertisern auch implementiert ist, ist das Thema Customer Journey oder Multi-Channel Tracking. Das heißt, die Advertiser sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo sie ganz genau schauen, in welche Marketing-Kanäle sie ihr Budget investieren. Weil die Budgets werden immer knapper und gerade im Performance-Marketing ist es ja so, dass das Ganze auch messbar sein soll. Und umso wichtiger ist es natürlich auch zu erkennen, welche Traffic-Kanäle liefern mir auch Zusatznutzen für andere Kanäle. Das heißt, als Beispiel, ich investiere ein entsprechendes Budget für Branding-Aufbau in Bannerwerbung. Und das führt letztendlich dazu, dass auch der Traffic über SEA-Anzeigen steigt oder auch der Type-In-Traffic. Aber dies kann ich letztendlich nur erkennen, wenn ich eben diese Synergien auch messe. Und dazu brauche ich eben letztendlich ein Multi-Channel-Tracking-System. Und dann ist es eben auch wichtig zu erkennen, ob denn zum Beispiel auch im Affiliate-Marketing zum Beispiel Content-Publisher den ersten Impuls gegeben haben, dass sich der Kunde vielleicht mehr informiert und dann vielleicht anschließend noch auf einen Preisvergleich schaut, aber dann im letzten Schritt doch auf eine SEA-Anzeige klickt. Und in dem Fall ist es eben bei vielen Advertisern so, dass sie immer noch mit dem Last-Cookie-Wins-Prinzip arbeiten. Das heißt, es wird letztendlich nur der Sale dem letzten Kanal zugewiesen, über den der Kunde dann letztendlich kam. Was wiederum bedeutet, dass dieser Content-Publisher keine Provision bekommen würde. Was natürlich ungerecht ist und was wiederum bedeutet, dass der Affiliate irgendwann die Lust verliert, weil er keine Provision bekommt. Und um genau diese ganzen Synergien, da ergeben sich ja ganz viele Synergien, sei es jetzt die unterschiedlichen Marketing-Kanäle, aber sei es auch innerhalb des Affiliate-Kanals, kann man letztendlich nur erkennen, wenn man eben alle Daten misst und dann diese ganzen Korrelationen auch auswertet. Und das machen mittlerweile immer mehr und da gibt es ja auch mittlerweile einige gute Tool-Anbieter wie AdClear, wie IntelliAd. Es gibt sogar mittlerweile spezielle Netzwerke wie Zubux, die dann sogar eine Verteilung der Provisionen innerhalb der Affiliates durchführen können. Und auch wenn aktuell vielleicht noch ganz wenig Advertise, auch eine Provisionierung auf Multichannel-Basis durchführen, ist es doch eine sehr starke Entwicklung aktuell, dass die Daten ausgewertet und gemessen werden. Unabhängig davon, ob jetzt eine Provisionierung innerhalb des Affiliate-Kanals stattfindet. Und es ist auch sehr wichtig, um eben diese Nebeneffekte auch zu erkennen und dann eben auch die Umsätze korrekt in entsprechende Kanäle zuweisen zu können. Und auch hier wird sich mit Sicherheit in diesem Jahr noch extrem viel tun, weil eben, wie bereits erwähnt, immer mehr Advertiser solche Technologien einsetzen, im Hintergrund die Daten messen. Und dann natürlich nach und nach, nachdem sie eine Zeit lang mehrere Monate die Daten ausgewertet haben, dann schon auch die Erkenntnisse daraus nutzen, um entsprechend mehr Budget in verschiedene Kanäle zu investieren oder vielleicht auch weniger Budget zu investieren. Und ich denke, über dieses Thema könnte man sicherlich eine ganze Sendung machen. Aber auch das ist sicherlich ein Thema, wo 2015 und sicherlich auch in den nächsten Jahren sehr wichtig auch für die Affiliate- und die Performance-Branche allgemein werden wird. Dann noch kurz ein anderes Thema und zwar bei meiner Recherche bin ich auf ein australisches Affiliate-Netzwerk gestoßen, nämlich Avantlink. Und dort habe ich eine interessante Technik gefunden, die ja vielleicht auch mal für Deutschland interessant sein könnte, weil es ist ja immer, immer wieder das Thema seit Jahren, wie kann sich die Affiliate-Branche weiterentwickeln und auch, es kommt immer wieder der Vorwurf, die Affiliate-Netzwerke müssen sich weiterentwickeln und da sucht man natürlich immer nach Lösungen, nach neuen Strategien. Und in Australien habe ich da eine sehr interessante Technik gefunden, die sich Paid-Placement-Bidding-System nennt. Und wir kennen das ja auch in Deutschland in manchen Bereichen des Affiliate-Marketings, wie Finanzbereich, Versicherungsbereich oder auch Mobilfunkbereich, wo es eben so ist, dass es ein paar sehr große Affiliates gibt und die allerdings in der Regel ja nur eine begrenzte Anzahl an Werbeflächen haben, die sie zur Verfügung stellen können. Das heißt, diese großen Affiliates, wie 100 Partnerprogramme zum Beispiel vor kurzem auch in einem Artikel geschrieben hat, bekommen immer mehr Macht, weil sie einfach die großen Traffic-Lieferanten sind. Was wiederum bedeutet, dass sich die Advertiser natürlich um diese begrenzte Anzahl an Affiliates und Werbeflächen auch irgendwie prügeln müssen. Und da hat eben dieses Affiliate-Netzwerk eine interessante Technik gelauncht, nämlich die Affiliates haben doch die Möglichkeit, ihre Werbeplätze zu versteigern. Das heißt, ich logge mich als Affiliate in das Affiliate-Netzwerk ein, in meinen Account, gebe dort einen bestimmten Werbeplatz an, zum Beispiel einen Full-size-Banner, der rechts oben steht in der Headline oder einen Skyscraper rechts in der Sidebar. Diesen kann ich hier angeben und diesen Banner-Plus kann ich dann versteigern an Advertiser, die diesen eben buchen möchten. Das heißt, als Advertiser gebe ich ein Mindestgebotsbreit, und die Advertiser wiederum haben dann die Möglichkeit, diesen Werbeplatz einzusteigern. Das heißt, die wiederum loggen sich auch in ihren Avantlink-Account ein, sehen dann diese Werbeplätze, die aktuell versteigert werden und haben dann die Möglichkeit, eben ein Gebot abzugeben. Und hier haben dann die Advertiser auch die Möglichkeit, sich natürlich gegenseitig zu überbieten. Und das Gebot wird dann letztendlich jeden Tag um 11.59 Uhr, ja sozusagen, versteigert. Und derjenige Advertiser, der das höchste Gebot abgegeben hat, also ein ganz klassisches Speed-Verfahren, der bekommt dann diesen Werbeplatz. Und ich werde euch auch in diesem Post zu dem Podcast einen Link posten, wo ihr einfach auch nochmal ein Video seht, wie das Ganze hier funktioniert. Und das ist sicherlich eine interessante Möglichkeit, sowohl für Affiliates, um ihre Werbeflächen maximal zu reinvestieren. Allerdings auch für Advertiser, um eben begrenzte Werbeflächen eben, ja, buchen zu können. Und ja, vielleicht ist das einfach auch eine Idee für deutsche Netzwerke, so etwas mal anzubieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Affiliate eine sehr gute Möglichkeit wäre, Werbeflächen zusätzlich zu der Performance-Provision, die sie ja für die Vermittlung von Sales oder Leads bekommen, dann sozusagen WKZ zusätzlich für die Werbeplatzierung zu bekommen. Wir sind jetzt schon wieder bei 25 Minuten und um die Zeit nicht zu viel zu überschreiten, war es das eigentlich auch schon für die erste Sendung hier auf Termfrequenz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich auf eure Kommentare, welche Themen euch denn in den nächsten Sendungen Affiliate Musics interessieren würden. Der Jens hat ja schon angedeutet, dass die Sendungen so terminiert werden, dass Affiliate Musics immer am 10. eines Monats kommen wird und ich werde versuchen, das natürlich auch soweit einzuhalten. Dann möchte ich noch ein paar Termine kommunizieren. Die nächste Affiliate Networks, die 19. mittlerweile schon, findet am 30. April wieder im Airbräu in München statt. Aktuell haben sich so 150 bis 200 Teilnehmer schon angemeldet. Das heißt, es gibt noch ein paar Karten, die solltet ihr euch sichern, wenn ihr kommen wollt und wie immer gibt es ein Speed Networking, es gibt wieder die Fotobox, es gibt wieder die Pinnwände, es gibt wieder Themen-Tische und wieder jede Menge zum Essen und zu trinken. Und von dem her würde ich mich natürlich freuen, viele von euch dann am 30. April im Airbräu wieder zu treffen. Dann findet erstmals am, ich muss im Kalender nachschauen, am 2. Juli der erste Affiliate Innovation Day 2015 in München statt, im Unicorn-Tagungszentrum, auch am Flughafen, da wo auch die Affiliate Conference immer stattfindet. Und bei dem Affiliate Innovation Day 2015 handelt es sich um einen Workshop, der auch limitiert ist auf maximal 10 Teilnehmer. Und doch geht es den ganzen Tag um neue Innovationen im Affiliate Marketing. Das heißt, der Workshop richtet sich vor allem an Advertiser und Agenturen und kommuniziert wird in dem Workshop eben viele neue Trends aus dem Affiliate Marketing, wie vorhin schon angekündigt. Trends aus dem Bereich Display Advertising, wie Retargeting, wie Retime Bidding, wie Programmatic Buying, aber auch die Affiliate Performance Ads. Es wird vermittelt, wie die Conversion Booster genau funktionieren, das heißt diese Exit Intent Overlays oder auch Re-Engagement Systeme oder E-Mail Retargeting. Es wird über neue Coponing Modelle gesprochen und allgemein über neue Trends und vor allem eben wie man die dann eben auch ganz konkret als Advertiser nutzen und implementieren kann. Das heißt sicherlich für Advertiser, die dieses Jahr ein Wachstum erreichen wollen in ihrem Partnerprogramm, einen sehr interessanten Workshop und der findet wie gesagt am 2. Juli in München statt. Dann findet dieses Jahr auch wieder die Performance Marketing Insights statt, nämlich am 24. und 25. Juni wieder in Berlin. Wir haben ja in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics sehr ausführlich über diese Veranstaltung gesprochen und werden dieses Jahr auch wieder besuchen dieses Jahr. Und ja, ansonsten alle weiteren Termine findet ihr immer auf affiliate-blog.de oder auf affiliate-networks.de Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein und ich wünsche euch in dem Sinne noch eine schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und freue mich natürlich auf viele Kommentare zur ersten Sendung hier auf Termfrequenz. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao!